die bindung zwischen katze und mensch beruht auf gegenseitiger liebe wenn du eine katze in dein haushalt aufnimmst möchtest du ihr liebe geben und die schnurrende kopfreibende zuneigung gibt dir diese wieder zurück katzen sind kluge manchmal eigenartige wesen und es gibt dinge die menschen tun die sie wirklich nicht mögen wir nennen dir genau diese dinge jetzt als erstes sie ignorieren zwar dürfte die das ignoriert werden bekannt vorkommen wenn du eine katze hältst das bedeutet nicht dass katzen nicht gerne sanfte zuneigung erhalten und geben ignoriert werden wenn sie gestreichelt werden möchte passt ihr also gar nicht als zweites die katzentoilette nicht oft genug reinigen katzen sind sehr reinliche tiere und eine stinkende katzentoilette passt nicht in ihren sonst so ordentlichen lebensstil wenn ihr das katzenklo zu dreckig ist findet sie möglicherweise einen anderen ort im haus um sich zu erleichtern als drittes aggressiv gestreichelt werden hunde mögen es zwar mal etwas härter gestreichelt zu werden aber katzen mögen es lieber sanft sie lieben es einfach wie ein prinz oder eine prinzessin behandelt zu werden als viertes angezogen werden katzen hassen es von ihren zwei beinern angezogen zu werden und schätzen es nicht zu einem kostümierten spektakel zu mutieren mit deiner katze etwas gutes tun möchtest dann ziehe dir kleidung an aber ihr nicht als fünftes autofahren für die meisten katzen beinhaltet die autofahrt alles was sie hassen unsicherheit angst verwirrung und reisekrankheit natürlich sind einige fahrten unumgänglich wie die zum tierarzt sprechen mit dem tierarzt darüber wie du diese ausflüge für deine katze angenehmer gestalten kannst als sechstes für fotos posieren lassen du weißt dass deine katze dinge zu ihren eigenen bedingungen tut wenn du sie für ein bild posieren lässt wird das ergebnis vermutlich nicht deinen ansprüchen entsprechen wenn du versuchst ein familienfoto zu schießen dann bist du womöglich besser dabei wenn du das bild um sie herum aufbaust als siebtes laute geräusche laute unerwartete geräusche überfüllte räume und zu viel aufregung lassen deine katze zu ihrem streng geheimen versteck flüchten ihre empfindlichen ohren sind einfach nicht dafür gemacht als achtes klingelnde halsbänder anlegen katzen sind von natur aus anmutig und schlau und werden ein lautes halsband nicht zu schätzen wissen dass sie in ihrer deckung auffliegen lässt wir sind sowieso keine fans von halsbändern da sie viel zu gefährlich für diese bewegungsfreudigen tiere sind als neuntes ihre besonderen essgewohnheiten ignorieren bei der art des futters und der platzierung des napfes sind katzen notorisch pingelig möglicherweise musst du einige futtersorten und orte ausprobieren bis deine katze endlich zufrieden ist aber wenn du die perfekte kombination gefunden hast wird sie dir sehr dankbar sein als zehntes den schönheitsschlaf unterbrechen katzen lieben es zu schlafen tun es 12 bis 16 stunden am tag wenn du sie bei ihrer lieblingsbeschäftigung störst wird ihr das absolut nicht gefallen versuche also ihr die ruhe zu geben die sie sich wünscht wenn dir das video gefallen hat dann würde ich mich über einen daumen nach oben sehr freuen schreibt mir auch gerne deine erfahrungen mit diesem thema in die kommentare und vergiss nicht diesen kanal zu abonnieren und die glocke zu aktivieren damit auch in zukunft kein neues katzen video mehr verpasst